liebe eltern es gibt ein tolles buch für euch und eure kleinen der sternmann und der magische wasserkristall ist endlich draußen und ich freue mich dass der auto heute das max von tun wie geht es dir und wo bist du hallo erst mal ja mir geht es sehr gut ich bin in münchen und sitze in meinem esszimmer das freut mich also der sternmann und der magische wasserkristall man muss ja bevor man über den inhalt spricht über die wundervollen bilder sprechen die martha und pedro bei maseda da gemacht haben wie läuft das ab wenn du die geschichte geschrieben hast schreibst du somit hin wie du dir die bilder vorstellst oder überraschen dich die beiden ich arbeite ja mittlerweile mit einem co-autoren zusammen mit dem ich mir die wohnung teile größtenteils und der der hat teilweise sehr konkrete vorstellungen welche farbe ein umhang zum beispiel haben muss welche haarfarbe einen charakter hat aber im großen und ganzen lassen wir den beiden sehr viel freiräume und besprechen dann die skizzen die wir zugeschickt bekommen und überlegen was wir da anders haben wollen eventuell oder was man besser machen könnte vielleicht oder anders und dann wird das meistens auch so umgesetzt und wer ist der mann der mit dir zusammen schreibt das ist mein sohn promedio von stein der mittlerweile auf dem auf den letzten beiden romanen schon drauf stand weil er wirklich maßgeblich teilnimmt an dramaturgischen wendungen an charakteren an dialogen und also ohne sein okay geht auch nichts raus das wird alles die gespräche werden aufgenommen am esstisch und dann arbeite ich das in das fertige buch ein jetzt kennst du deinen sohn ja schon sehr 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 lange kannst du seine entscheidung mittlerweile vorhersehen oder überrascht er dich da öfter auch mal das tolle ist mein sohn überrascht mich permanent deshalb haben wir das auch so gemacht deshalb kam das überhaupt so weit ich will das ging los mit einem harmlosen idee spinnen am esstisch und das wurde immer konkreter weil er mich eben so wahnsinnig viel überrascht hat also mein sohn redet auch ganz konkret von wir nehmen mittlerweile die hörbücher auch zu den romanen auch für ich habe ein kleines studio und und da macht er auch mit und nimmt jedes kapitel ab und nach nachdem er das gehört hat sagt er manchmal sachen wie ja das ist ganz schön spannend für die zielgruppe also ich meine der typ ist jetzt neun geworden gerade als wir angefangen haben war sechs und er redet von der zielgruppe er redet auch wenn ich sage naja aber jetzt also delphine in der tiefsee weil die müssen doch atmen ist noch so geht hier machen das doch ein kinder buch also der 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 ist ziemlich abgebrüht mittlerweile und das tolle was halt kinder machen was uns erwachsen so verloren geht dass man halt einfach grenzenlos denkt dass man dass man erst mal dieses diesen gedanken gibt es nicht geht nicht gibt es nicht den haben wir ja also den haben kinder gar nicht kinder preschen voraus und haben eine tolle idee und da habe ich ganz ganz viele von ihm übernommen da wäre ich nie im leben drauf gekommen wer vom sternmann noch gar nichts gehört hat was ist denn das für ein wesen naja also das ging alles mal das war ja alles nicht geplant das hat sich wirklich jetzt so verselbstständigt das ging ganz ursprünglich mal los vor sechs jahren oder so habe ich angefangen schlaflieder für meinen sohn zu komponieren ich mache sehr viel musik und auch habe mit ihm immer viel musiziert und da war es mal naheliegend dass man da irgendwie einen schritt weiter geht und ein lied heißt der sternenmann und da ist mir eines abends als er das in seinem zimmer zum einschlafen gehört hat und ich neben einem wohnzimmer es auch habe laufen lassen habe ich irgendwie die idee zu einem zu einer geschichte bekommen und ich glaube im unterbewusstsein war das damals auch schon beim song schreiben wer ist halt noch nicht besetzt es gibt den mondmann es gibt den sandmann es gibt so diverse charaktere aber es gab keinen sternenmann und da ich auch bowie fan bin und der star man von bowie ich weiß auch nicht irgendwie kam dieser sternen man zustande das ist der kerl der abends die die sterne am himmel verteilt damit sie in die kinderzimmer leuchten können und frühmorgens sammelt er sie alle wieder ein wickelt sie in feuchte tücher und vergräbt in der erde damit sie abkühlen können hat aber gut zu tun sind ja recht viele sterne da oben fragt mich jetzt nicht nach der logistik das ist schwierig aber ja der hat einiges zu tun und dieser sternenmann ist ein tapferer kleiner kerl der der mittlerweile jetzt sein viertes abenteuer erlebt und und ich versuche auch immer eine moral reinzupacken das ist findest ganz schön bei kinderbüchern wenn am schluss so eine message dabei ist und wenn das auch sprachlich ein gewisses niveau hat dass kinder ihren eigenen sprachwortschatz erweitern können und ja und jetzt sitze ich gerade am drehbuch ich würde das gerne verfilmen den ersten roman stern und das große abenteuer und das nächste projekt das ansteht mit dem sternmann lesen können wir jetzt ja erstmal der sternmann und der magische wasserkristall was ist da los also das ist der zweite roman schon und roman meine ich sage ich weil das hat also 150 seiten glaube ich oder so im zweiten teil der knüpft also ziemlich nahtlos an den ersten an wobei man den nicht zwingend kennen muss dafür der sternenmann lebt immer noch auf seinem planeten und bekommt eine sternstaub nachricht das ist sozusagen das pendant zu unseren e-mails geschickt von seiner alten freundin prinzessin luna die in einem parallel universum wohnt und ihr vater könig max der 265 bittet sie mit mir kontakt mit dem sternmann kontakt aufzunehmen weil die wasserreserven im parallel universum auszugehen drohen weil es gibt einen bösewicht der den wasserplaneten besetzt hat und das wasser nicht mehr rausrücken will und so die kontrolle über das gesamte universum erhalten möchte und da muss der sternenmann mit der luna zusammen zu diesem wasserplaneten hinfahren und schauen was da los ist und schauen wie sie das wieder gerade biegen können und dabei erleben sie viele abenteuer und treffen viele neue und alte bekannte und ja das ist eine eine balance zwischen witz spannung und viel fantasie ich packe euch mal in die infobox ein link dort findet ihr all die bücher und hörbücher mittlerweile auch und viele kennen dich aber natürlich auch als schauspieler bist schon sehr lange im game und sehr erfolgreich lass uns über waldgericht ein schwarzwaldkrimi sprechen dort bist du konrad diener wie ist das mit dem schwarzwald ist das mittlerweile liebe also wir haben den die letzten teile haben wir überdrehen immer alle zwei jahre 22 minuten das letzte mal haben wir 2020 gedreht dort und das war im ersten corona jahr mit mit lockdown und ich weiß nicht was das war ein bisschen schwieriger zu drehen aber gleichzeitig war es im schwarzwald auch sehr sehr sicher wir hatten da in dem dorf in dem wir drehen eine inzidenz von sieben glaube ich und wir waren irgendwie alle in quarantäne haben uns relativ sicher gefühlt ich mag das landschaftlich wahnsinnig gerne und ich finde auch beim drehen immer sehr schön wenn man irgendwo hinkommt wo man sonst vielleicht nicht hinfahren würde finde es aber auch immer ganz schön zu wissen dass es zeitlich begrenzt ist und man irgendwann wieder heimkommt und neben dir eine der tollsten frauen die wir haben jessica schwarz spielt maris bächle wie ist das wenn ihr euch dann so alle zwei jahre mal wieder sieht ist dann so jay oder ok wir drehen 2 90 minuten ja nein wir verstehen uns sehr gut wir freuen uns schon also das ist ja nicht so dass wir haben auch zwischendurch schreiben wir uns oder wenn irgendwas ist oder so also man 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 hat schon irgendwie so sporadischen kontakt also es ist nicht dass man sich zwei jahre gar nichts sieht und dann plötzlich hallo aber wir ja wir werden jetzt das wird jetzt auch losgehen wir drehen dieses jahr wieder zwei teile ab ende april glaube ich oder so und da werden wir davor sicher auch wieder telefonieren über die bücher sprechen bevor wir mit mit der produktion und mit der regie reden also das ist das ist sehr freundschaftlich sehr kollegial und und sehr angenehm offensichtlich auch sehr erfolgreich die letzten beiden teile haben 6,8 millionen und 7,5 millionen knapp geholt und das ist lediglich die quotenauswertung das digital noch gar nicht dabei wirst du häufig auf die rolle angesprochen oder geht's nein naja die die letzten zwei jahre war jetzt einfach weil sich das zufällig so ergeben hat und diese bücher so eine rettung waren eine autargerettung auch ich konnte schreiben und hörbücher auf ihm dadurch habe ich sehr viel mehr über bücher gesprochen bei kinderbücher jetzt als über meine dreharbeiten aber ja naja ich werde immer wieder darauf angesprochen aber ist man muss ja auch der fernes selber sagen es gibt ja im deutschen fernsehen wirklich zwei drei andere kommissare auch noch also in dieser in diesem in diesem pool von kommissaren irgendwie heraus zu ragen ist durchaus eine herausforderung wenn wenn alles klappt sehen wir dich dieses jahr auch noch im kino bei wer griebt den bestatter ein ja ja der soll dieses jahr kommen und der immenhof der zwei ein zweiter teil vom vom ponyfilm immenhof der hätte im dezember glaube ich schon kommen sollen und der kommt jetzt auch irgendwann im sommer also ja da bin ich auch zu sehen aber das sind kleinere rollen ich gönne mir mehr und mehr den luxus zu hause zu bleiben zu so viel wie es geht und mit meinem sohn viel zeit zu verbringen solange er noch in einem alter ist wo ich nicht peinlich bin oder oder besseres zu tun hat und dementsprechend tue ich mich gerade leicht sachen abzusagen und nicht so viel zu drehen aber ein paar sachen passieren ja ja und die zwei gehören dazu in einem wikipedia eintrag steht ein spannender satz die möchte ich kurz auflösen für dich bzw du darfst final diese info geben ich zitiere nach eigenen angaben besitzt er neben der österreichischen auch die deutsche staatsangehörigkeit nach eigenen angaben ja gar nicht verifiziert das klingt mir so hat er mal im vollrausch behauptet ja das ist richtig ich habe zwei staatsbürgerschaften habe die österreichische und die deutsche und überlegst du noch zu erweitern noch eine dritte dazu zu holen ich wüsste jetzt nicht welche also ehrlich gesagt die österreichische ist ja jetzt auch in dem sinn nicht so wirklich es ist auch eu land also es ist jetzt nicht so eine amerikanische wäre vielleicht ganz interessant oder ich weiß nicht was aber die kriegt man ja nicht ganz so einfach ich habe ein einziges mal wirklich hat mir die österreichische staatsbürgerschaft ist wirklich den arsch gerettet bei einem vor 20 jahren bei einem werbedreh für eine autofirma die irgendeinen neuen imagefilm für neues auto gemacht haben in südafrika und jeder hat mir bei der landung gesagt pass nicht vergessen brauchst über der einreise und so ich bin ja kein idiot habe natürlich meinen pass vergessen weil in frankfurt keine passkontrolle war beim einsteigen habe ich nicht bemerkt und bei der landung hat man mir gesagt ich muss einfach die nächste maschine am abend wieder zurücknehmen wenn ich meinen deutschen pass nicht dabei habe ich habe panik bekommen ich dachte ich muss den dreh ausfall bezahlen bis meine mutter mir gesagt hat fragt doch die österreicher bei jeder deutschen botschaft angerufen hat natürlich und die haben gesagt da kann man nichts machen kulant wie sie sind und die österreicher standen eine stunde später mit einem provisorischen pass am flughafen haben gesagt herzlich willkommen in südafrika weil wir das tollen österreicher zu sein wo hast du martha und pedro kennengelernt die die zeichnung machen für den sternmann die martha ist mir empfohlen worden über den verlag und ich hatte davor ganz konkrete vorstellungen von den illustrationen das ist es nicht schwer wenn man sich das plötzlich so auch nicht als laie so wie ich da reingeschlittert bin da so sich plötzlich gedanken machen muss ich habe immer bücher die ich selber als kind mochte oder die mir gefallen haben wenn ich sie gesehen habe immer fotografiert und dem verlag geschickt gesagt so sollte das sein und haben die mir mal gesagt ja aber das buch ist zum beispiel gar nicht gut gelaufen also ich habe mir zielsicher illustrationen ausgesucht von büchern die sich nicht verkauft haben ob das jetzt an den illustrationen lag oder der geschichte weiß ich nicht und dann hat man mir martha mal vorgeschlagen und irgendwann hat martha ihren bruder dazu geholt weil das für sie sehr viel war arbeit dann wurde und so ist das entstanden und ich bin sehr happy weil die meisten menschen mich sehr positiv auf diese illustrationen ansprechen die sind wunderschön also wenn ihr tatsächlich die sternmann reihen noch nicht auf dem tisch habt oder auf dem zettel ich packst euch wie gesagt in die infobox ich freue mich dass er da war der autor max von tuner web talk show vielen dank für deine zeit ich danke fürs gespräch danke sehr gerne und du hast jetzt noch eine unglaubliche möglichkeit du darfst in deine kamera sagen was du noch nie in einer kamera dieser welt gesagt hast aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest du hast noch ein paar sekunden zeit darüber nachzudenken ich bin sehr gespannt was es sein wird für euch da draußen gilt die welt muss ein wundervoller ort werden und dafür ist frieden alle entscheiden das heißt wenn ihr in irgendeiner form für frieden sorgen könnt tut es bitte wir sehen uns morgen wie jeden tag zur web talk show und jetzt die heutigen abschlussworte von max von tun bis dann dadurch dass ich das beruflich mache schon die absurdesten sachen in kameras gesagt es gibt nichts was das noch toppen könnte aber ich fand das schöne schlussworte von dir die will ich gar nicht zerstören ich bin auch für frieden und für ein vernünftiges miteinander und für empathie auf diesem planeten in jeder hinsicht und dann werden sich viele probleme hoffentlich von alleine lösen und viel kraft und durchhaltevermögen und gesundheit schlussworte von schlussworte von schlussworte von